Just let me go again under your spell I love you so, it's just how to do them I lost my way and there's no command back And I'm all done, the love's all gone Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anna's Quest, meine lieben Freunde Ich hatte gestern Abend ja gesagt, ja machen wir kurz auch noch eine Pause, gucken wir mal wie es weitergeht Denn wir sind ja gestern an dem Stoffkissen gescheitert, das wir füllen müssen Und gerade eben ist mir aufgefallen, dass hier ein Einhorn mit Stoff steht Ich denke, Mr. Unicorn hat genug für einen Tag gehabt Okay, das geht nicht, kann ich denn das Die, 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 die Wolle in dem Einhorn da irgendwie Ich werde es einfach, wie es ist Nein, macht's auch nicht, ach Mann, Mädel, du bist schlimm All diese stoffte Tiere sind so adorabel Ich bin sicher, dass die alte Wälder sie liebt, für diesen sehr Grund Wir brauchen irgendetwas in unser Kissen zu stopfen, damit es flauschiger wird, damit die Katze darauf schlafen kann Das ist ja eine besondere Katze, die Katze mag keine unflauschigen Dinge Ich hasse Katzen Ähm... Weißt du, das würde definitiv dieses Pillow leichter machen, aber, well... Es würde trotzdem flatt und lumpy sein Okay, kann ich das vielleicht Ich glaube nicht, dass meine Macht helfen würde Was eine schade-schöne Dinge Oh, flatt und lumpy Nein, ich sollte etwas versuchen Das würde nicht helfen Nein, das war nicht Nein, vielleicht nicht Bist du, die hat ein flaches und verknöltes Kissen Dann nimmt man sich das Dreckskissen und tut es ausschütteln, Mädel Nehm dir das Kissen und schüttel es alles Was ist daran so schwer? Ich verstehe dein Problem nicht Na gut Ähm... Ansonsten haben wir aber auch nichts Und da auch nicht, und... Ähm... Poison? Was ist das da zu tun? Mehr wichtig Was ist es da zu tun, neben meinen Kissen? Ich muss wirklich aus diesem Ort rauskommen Öffne die Tür jetzt! Öffne die Tür jetzt! Nein, tue ich nicht, du komische Alter! Äh... Willst du meine Kissen haben? Das wird nicht funktionieren Hm... Körst du, Anna! Äh... Nein Die Tür ist alles geschlossen Es gibt keine Ahnung, die Tür ist alles geschlossen Die Tür ist alles geschlossen Nein, das funktioniert nicht Das wird nicht funktionieren Ich verstehe es nicht Ich kann nicht mehr Schere irgendwas zerschneiden Äh... Nein Ich denke, das wird... Die Katze zum Beispiel Hm... Ich denke, ich werde das bleiben Ja, okay, gut Ich kann nicht verstehen Äh... 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 Was soll ich machen damit? Hm... Ich bin ja fast schon sicher, dass ich die Haare aus dem Abfluss brauche Denn... Das sind ja die Katze von der Hexe Und das sind ja die Haare der Hexe Und das sind ja die Haare der Hexe Dass sie vielleicht da rein stopfen Damit die Katze sich denkt Oh... Hm... Kissen von meiner Mama Aber ich weiß leider nicht genau, wie ich das machen soll Nimm so Ich lasse es nur, wie es ist Ich lasse es nur, wie es ist Ich lasse es nur, wie es ist Sprengen Well... Obwohl das vielleicht die Haare auskommt, Es könnte auch die Gebäude flügt, Das würde nicht sehr hilfreich sein Meine Telekinesis wird... Natürlich wird es kommen Ich glaube nicht, dass meine Power hier hier helfen wird Nein, deine Power hilft dir überhaupt nicht Dieses scheiß Rohr zu unterspringen, damit du an die Haare reinkommst Äh... Mädel... Es muss noch einen anderen Weg geben, Haare rauszukommen Wie bekommt man Haare aus einem Abfluss heraus? Ich sollte etwas anderes versuchen Nein... Warum habe ich einen blauen Wachsmeistift? Das verstehe ich auch nicht ganz Ich probiere mal alles in dem Rohr durch Die Pipe ist alles kaputt Ja... Die Pipe ist alles kaputt Ich will nicht her oder nicht reinstopfen Ich will das kaputt machen Die Pipe ist alles kaputt Die Pipe ist alles kaputt Jetzt Nein, mach ich nicht, ich lass mich in Ruhe Ich bin hier gerade am überlegen Jetzt Die Pipe ist alles kaputt Ich will es einfach so bleiben Warte mal, kann ich vielleicht der Hexe den Hut Und dass sie mir sagt Hey Oh, das nicht Nein, nein Das magische Hut Damit kannst du, keine Ahnung Frosche zum Explodieren bringen Das scheint nicht zu funktionieren. Vielleicht, wenn ich ein Platz außerhalb finden könnte, würde es besser funktionieren. Vielleicht sollte ich etwas anderes versuchen. Okay, wir brauchen dieses Ding für draußen wahrscheinlich. Ich bin nicht sicher, was gut das würde tun. Ich bin nicht sicher, was... Öffne die Tür jetzt! Die Hexe sind alle geöffnet. Die Hexe sind alle geöffnet. Die Hexe sind alle geöffnet. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher, was gut... Ich sollte etwas anderes versuchen. Nein, das funktioniert nicht. Nein. Ich bin nicht gerade, was ich machen soll, oder? Jetzt halte die Fresse da draußen. Mein Gott. Junge Hexe. Öffne die Tür jetzt! Öffne die Tür jetzt! Öffne die Tür jetzt! Öffne die Tür jetzt! Ja klar. Kann ich vielleicht damit das Ding anfassen? Warum hängt das da? Das habe ich noch nicht benutzt. Bis jetzt so. Kann ich damit vielleicht... Hm, I think... Nee. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Bei den Maschinen sagt sie sofort, wir haben schon genug Schaden angerichtet. Hi Ben! Hallo Anna! Wie geht's dir? Wow! Ben hat gut gesagt. Okay Anna! Good luck! Und warum liegt da eigentlich ein Bom-Bom, was ich nicht aufheben kann? Ich will dieses Bom-Bom haben. Bom-Bom. Es ist nicht bedtime. Es ist escape... Ich könnte mich falsch sein. Aber ich habe das Gefühl, dass die Wälder... Every Morgen... Das wäre nicht unbedingt messig. Finde ich nicht. Ich werde es einfach, wie es ist. Ich werde es einfach... Nein, er ist zu süß. Ich denke, dass ich genug gemacht habe. Telekinesis ist hier nicht wirklich notwendig, ich glaube nicht. Telekinesis ist nicht wirklich... Hm... Klar. Ich probiere hier alles durch, was existiert. Dann finde ich eine Suppe, mit der man interagieren kann. Denke mir, Juhu, du hast das erreicht. Dann kommt ja nur so ein geheimes Easter Egg... Suppenkasper erreicht. Was ist jetzt los? Sorry, du hast den Suppenteller auf den Boden geschmissen. Du bist toll, Anna. Wirklich. Du bist meine große Rettung heute. Okay, Taps funktioniert. Kann ich damit vielleicht den Hexen gut... Nein, das... Äh... Öffne diese Tür jetzt. Es ist bestimmt irgendwas voll Sinnvolles. Es ist sinnlos. Es scheint hier zu sein, für die Person, die sich gebrochen ist. Warum ist es da... Was auch immer es ist... Es ist... Es ist sinnlos. Es ist sinnlos. Wo kein normaler Mensch sofort drauf kommen würde. Kann ich die Katze wieder... No, that won't... Curse you, Anna! Alright, kitty. Nap time. No, not interested. I think I have the right idea. Only... Maybe it just isn't inviting enough for him yet. Can I just leave it as it is? I should try something else. Nope, that doesn't work. Maybe I should try something else. Curse you, Anna! Oh, there's something written on the side here. Non-toxic. Made from paraffin, wax and pigment. Oh, there's something written on the side... Non-toxic. Made from paraffin, wax and pigment. Open this door right now! I'll just leave it as it is. That won't help repair this sad pillow. That won't help repair this sad pillow. Maybe I should try something else. Curse you, Anna! Aww. I'll just let him in... The mouse doesn't do anything with us. The mouse doesn't do anything with us. The mouse doesn't do anything with us. Wow! Wow! How cool! Um, monitor. I think I've done enough. That thing just keeps going and going. I have no... Even if I did break the window open, it's still a long, long way down. On top of that, the witch is right outside and would surely hear. Maybe I should try something... It's so soft and smooth. I've already done that. I've already done that. I've already done that. I've already done... No, he's... No, that didn't... No. I think this is right. I've already hoped that I'll be able to find out if I get out of sleep. But I have no idea what I'm doing here. I have no idea what I'm doing here. Boah. I... I'm just gonna push. I don't know what I'm doing here. Nein, das funktioniert nicht. Nein, es muss noch ein anderes Weg sein, um dieses Haar rauszukommen. Nein, der Zinkdrein ist zu klein, ich habe meine Hand in. Okay, der Zinkdrein funktioniert. Wir konnten mit dem Wasserhahn nichts anstellen, nur wir konnten mit dem Spülen nichts anstellen. Das ist das, was mich ein bisschen verwundert momentan. Hm, hm, vielleicht nicht hier. Was? Nein. Das wäre vielleicht eine neue Variable Option, aber nein. Das funktioniert nicht. Nein, das funktioniert nicht. Ich habe keine Ahnung, ernsthaft, liebe Detting-Spieler-Entwickler. Ich weiß nicht, was ihr da gemacht habt, aber... Ich habe keine Ahnung, was der davon gewollt. Vielleicht sollte ich etwas probieren. Nein, das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, das scheint etwas gefährlich. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich habe keine Ahnung, die 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 Ahnung, das könnte auch nicht zufrieden. Das wäre nicht sehr hilfreich. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das scheint, nicht zu funktionieren. Wir haben ein Rohren, das wir öffnen können. Wir können aber nicht öffnen, was sich nicht öffnen lässt. Das ist, äh... Efti. Efti. Das ist, äh... Ich glaube nicht, das ist eine gute Idee. Auch wenn ich könnte, um die Ahnung, durch die Tür zu gehen. Die Witch ist nur auf der anderen Seite. Nein, ich werde nachher suchen. Das Metall ist ziemlich dick. Und wenn ich das locken kann, dann werde ich es nie öffnen. Vielleicht sollte ich etwas probieren. Was soll ich tun? Ich weiß es nicht. Nein, 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 nein... Nein, nein, nein... Öffne die Tür jetzt! Mhhh... Awww... Der Mann sieht sehr leid. Die wütende Frau hat dir nicht ein Bett gegeben, hm? Die Katze wirkt müde. Das wäre nicht verwendet. Nein, nein, nein... Das... Was soll ich tun? Hm, nein... Nicht hier, ich glaube nicht. Das wird nicht funktionieren. Vielleicht sollte ich etwas probieren... Nein... Ich glaube nicht, Ben will das. Er will nur einen Weg raus. Ben will nur hier weg, der will keinen Stift. Das ist natürlich super. Ähm... Ich glaube nicht, Ben will das. Er... Ben will gar nichts. Juringel? Wir reden mal mit Juringel. Vielleicht weiß der was. Hi wieder, Ed. Hallo... Ah... Nee... Das ist nur, wie ich den so saufen kann. I better get back. I stopped. Alright, Anna. Ich hab mal kurz privat was aus... bisschen rumprobieren. Weil es gibt's einfach keine Lösung dafür. Deswegen muss ich das leider testen. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, so... Ya. Die Keine.